Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Workless Ressources Start with the Public. In der letzten Folge hatten wir ein kleines Problem hier mit der Kiesindustrie. Und zwar haben wir ein bisschen mit der Müllabfuhr hier ein bisschen rumversäumt. Also wir haben hier zu viel Müll angesammelt, so dass das zu viel aufgefüllt hatte und dass die Anlage stoppen musste. Und deswegen haben wir hier einen kleinen Absatzplatz für Müllabsatzcontainer errichtet. Und nebenbei haben wir hier jetzt auch angefangen das Krankenhaus hier mit zu errichten. Und ansonsten relativ viel Arbeiten an der Müllindustrie zum größten Teil. Das ist das ganze Metallschrott, das was wir hier haben. Hier ja herausgeholt wird, zur Recyclinganlage gebracht wird oder hiermit zum Beispiel teilweise gemischt wird. Oder ruhig runter zum Recyclinghof, wo aus dem Metallschrott wieder Stahl hergestellt wird. Und dass wir das dann auch theoretisch ja auch weiterverwenden können. So, ähm, hier ist ja auch schon ein bisschen Asche reingekommen. Müsste das Fahrzeug eigentlich schon wieder auf dem Rückweg sein, ne? Nee, das ist... Äh, achso, nee, das fährt da gerade runter. Holt wieder gemischten Müll hier von unten wieder hoch. Achso, nee, hier ist das Fahrzeug. Und wird gerade wieder aufgeladen oder befüllt, besser gesagt. Und jetzt kann hier auch wieder ein bisschen gearbeitet werden. Und die nächste Fuhre von Arbeitern kommt ebenfalls schon an. Um hier zu arbeiten. Gut. Ähm, weiteren Wohnraum. Gestern ist ja, äh, in der letzten Folge ist ja auch dieses eine Wohnhaus ja auch mit fertiggestellt worden. Die anderen befinden sich ja auch noch im Bau. Warum das ja auch so lange gearbeitet hat, hat ja auch was mit der, mit der Kies, äh, Kiesindustrie zu tun. Weil ja einige Gebäude eben halt kein Kies mehr für bestimmte Bauvorhaben, äh, bekommen haben, ne? So, hier haben wir jetzt ja noch ein weiteres Bauhaus mit errichtet. Und wird das ja hauptsächlich fünf große, fünf große Felder bewirtschaftet. Ob wir hier oben noch ein weiteres errichten oder hier unten, wird es sich dann zeigen. So, die Silos werden befüllt. Das ist auch schon mal sehr gut. Und hier hätten wir ja wieder, wieder Platz, ein bisschen was einzulagern. Ähm, bap, 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 bap. Hier könnten wir ja auch schon Pflanzen einlagern. Sind ja auch zum Teil schon welche vorhanden. In einigen Orten wird auch schon abgeerntet. Okay. Viehhalle. Gut, dann brauchen wir hier oben kurz mal ein, oder warte, ein Verteilungsbüro haben wir hier unten noch nicht. Aber hier haben wir ja ein, hier wollten wir unten ja auch noch weitere mit, äh, äh, errichten. So, was passt denn hier noch eins rein? Ja, das bauen wir dann hier, kommt noch ein weiteres rein. Und das werden wir dann dafür verwenden, um hier die Pflanzen von hier aus abzuholen. Wer weiß, ob hier auch noch weitere Bauernhöfe dann noch mit entstehen werden. Dann, theoretisch haben wir ja hier unten noch ein weiteres, wo wir ja auch noch ein paar kleine Felder mit, ähm, einrichten, äh, äh, einrichten lassen wollten. Oder entstehen lassen wollten, um hier sozusagen ungenutzte, genutzte Flächen, wie hier, sind ja schon einige, brauchen wir hier eigentlich nur noch die, äh, Landfahrzeuge. Oder die Nutzfahrzeuge, besser gesagt. Einmal aber auch Modfahrzeuge zulassen. Dann nehmen wir zwei Fahrzeuge von, ne, drei von dem. Ein Mähdrescher und einen LKW. Und da ja auch wieder das Stand, neue Standardfahrzeug, Star C28. Und dann, wenn das, äh, Baubüro, äh, Verteilungsbüro hier fertig ist, kommen dann auch ein paar LKWs rein und dann liefern wir die Pflanzen zum, zum Güterbahnhof ab. Hier oben werden wir dann auch dasselbe machen. Ähm. Ja, hier machen wir das ja sogar auch schon. Müssen wir dann gleich noch mal zusagen, dass hier das Eisenbahnverteilungsamt, oder vielleicht errichten wir dann auch hier unten noch ein weiteres. Hier unten hätten wir ja auch noch ein bisschen Platz für eine weitere Verteilungsanlage für, für, für Schienfahrzeuge. Äh, aber hier haben wir ja erstmal noch ein bisschen Platz offen. Und müssen wir ja eigentlich hier auch schon, äh, mitnehmen können. Also hier könnten wir auch schon sagen, dass er Pflanzen mitnehmen soll. Ölindustrie ist angeschlossen und das ist auch schon mit angeschlossen. Gut, dann können wir hier sagen, das soll er nicht abholen, sondern nur die Pflanzen, die dann hier bald lagern. Hier soll er die Pflanzen abholen und das Zeug soll er ja dann hier herunterliefern. Ähm, müsste das hier sein? Naja. Ja, und dann liefert er hier die Pflanzen ab. Bis zu 100% erstmal sozusagen alles hier hin liefern, was wir dann sozusagen da haben. Hier sollen keine Pflanzen gelagert werden. Was hat er mit der Kleidung vor? Ach so, die bringt er hier herunter. Okay, alles klar. Hab schon gedacht, dass er das zur Grenze liefert. Aber, äh, falscher Alarm. Verwenden wir auch für eigene Zwecke weiter. Gut, ähm, theoretisch können wir das auch mit den Emilia-Panzen abholen. Den LKW jetzt auch schon machen. Also, ein LKW nochmal, äh, nochmal besorgen. Ähm, LKW mit abgedeckter Ladefläche und wieder den Star C28. Ich muss kurz mal auf das Fahrzeug warten. Da haben wir es. Und dann sagen wir das ja hier bei jedem Kornspeicher, den wir hier auf der Karte haben. Oder zumindest auch hier in diesem Bereich. Dass er hier alle möglichen Pflanzen mitnehmen soll, Stück für Stück. Können wir hier auch sagen, dass er hier die Pflanzen abholen soll. Und dann bringt er sie hier her. Und lassen wir das Fahrzeug jetzt einmal fahren. Und auch bis zu 100%. Muss das Fahrzeug nur noch einmal betankt werden. Und dann werden gleich die Pflanzen dort auch heruntergeliefert. Und dann auch hier oben in der Viehzuchtanstalt, die wir ja später dann auch für die Fleischindustrie mitverwenden werden. Äh, dafür sorgen, dass die Rennviecher auch relativ lange und zahlreich vorhanden bleiben, ne. Gut, hier wird ja noch das Monument gebaut. Fehlt noch ein bisschen Beton. Äh, das Fahrzeug dafür. Wo haben wir das denn? Müsste auf dem Weg sein. Ja, ist gerade, ist gerade Lux gefahren. Gut. Baumaterial ist auch schon wieder ein bisschen da. Also Kies hauptsächlich. Und da kommt auch schon der nächste LKW. Eigentlich ein kleiner Kipplaster. Der hier immer noch seine Runden dreht. Aber besser als nix. Hier werden jetzt auch wieder genügend Pflanzen da. Aber dass da ein Zug dafür hochfährt, ist, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber spielt jetzt auch keine, äh, große Rolle. Der Zug hat gerade seine Pflanz, äh, 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 Kleidung abgeliefert. Kohle. Exportiert Diesel. Und die V100 transportiert, äh, Verbrauchsmaterial für die Bevölkerung. Die Tumlager ist noch nicht voll, aber dafür die Tanklager. Gut. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt wird ja wieder Sprit abgeholt. Ist nur die Frage, von welchen, äh, äh, Treibstoffdepots. Wahrscheinlich von allen drei gleichzeitig. Und die Lager füllen sich gleichermaßen schnell wieder auf. Gut. Alles gut. Gut. Wohnhaus, äh, oder besser gesagt, der Bau der Wohnhäuser ist auch im vollen Gange. Hier fehlt auch nur noch Beton. Und dann kann das, äh, äh, neue Krankenhaus von hier unten in Switkowel auch dann bald seinen Betrieb mit aufnehmen. Krankhaus hat zwar eine relativ hohe Abdeckung. Polizeistation ist auch im Bau. Wunderbar. Äh, da finden doch noch einen. Ähm. Die Polizei braucht ja auch noch eine Wärmepumpe. Da platzieren wir das Gebäude dann hier hin. Nehmen wir dafür ne Kis, äh, äh, ein Feldweg und lassen das Gebäude möglichst schnell errichten. Äh, die Polizei, die wir hier oben haben, die schafft es nicht zum Ölfeld und auch nicht bis dort oben. Äh, ist wahrscheinlich hauptsächlich nur für die Stadt zuständig. Dann müssten wir wahrscheinlich bald hier irgendwann auch noch eine weitere Polizeistation mit errichten. Aber die Arbeiterschaft haben wir jetzt in Not auch noch da. Und hier wird ja dann auch, wenn auch dann bald, zwei weitere Wohnblöcke dann auch fertiggestellt. Äh, momentan noch alles ein bisschen im grünen Bereich, würde ich so sagen. Das hier wird auch gebaut. Wenn es natürlich geht, wesentlich schneller, bitte. So, haben wir denn hier wieder genug Kiesvorräte da? Zum Teil. Vor allem müssen wir hier ein bisschen warten, bis das Gebäude aufgefüllt, äh, Fahrzeug aufgeladen ist. Äh, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Sache. Das ist ein bisschen, würde ich jetzt mal so sagen. Da unten werden Lebensmittel angeliefert. Hier unten berechnen wir auch noch welche. Das spricht eigentlich dafür, dass wir hier unten vielleicht noch weitere Lokomotiven benötigen. Vielleicht sogar auch ein paar leistungsstärkere, äh, Fahrzeuge oder Lokomotiven, besser gesagt. Ähm. Vielleicht auch noch ein paar weitere Güterwagen. Also gedeckte Güterwagen vor allen Dingen. Gleisbau, ähm, wollen wir das mal, da, Güterwagen. Ähm, vor allen Dingen gedeckte und wenn ja möglich, kostengünstig, aber auch mit einer hohen Transportkapazität. So wie es aussieht, die wir vorhatten, sind nicht mehr zur Verfügung. Passiert. Äh, 21, 24. Wollte ich dann gleich sagen, dass wir vielleicht nochmal vier Stück von dem Typ hier kaufen. Wir passen einfach mehr rein und sind genauso, äh, kosten genauso viel. Stückgutwagen. Okay, 1, 2, 3, 4. Dann schauen wir nochmal bei den Diesel-Loks rein. Äh, 100, auch 100. Ähm, tz-t-t-t. Ansonsten haben wir zur Zeit momentan eigentlich gar keine guten Diesel-Lokmode hier im Angebot. Ähm. Würde ich sagen, kaufe ich zwei V100-Maschinen. Ähm. Und die lasse ich dann auch schon mal hier runter bringen. Also die dürfen hier schon mal reinfahren. Und die Diesel-Lok, die ja hier oben drin steht, schicken wir dann einmal wieder los und holt die Güterwagen ab, die hier, ja, hier noch drin sind. Bringen wir dann, äh, werden wir dann hier hochbringen. Und dann werden sie nach und nach dann auch, äh, mit eingesetzt werden. Holst jetzt wieder ein Zugpflanzen ab. Wir haben hier keine Lebensmittel mehr. Äh, kann man leider noch nicht sagen, welcher Transport von welchem Wagen jetzt eben halt, äh, wichtiger sind, ne? Wäre auf jeden Fall auch schon mal eine Sache, die sehr nützlich wäre. Aber jetzt holt er, äh, Lebensmittel ab. Alles klar. Ist ja noch ein Güterwagen da. Ja, ein Güterwagen ist noch da. Dann muss er gleich noch einmal losfahren. Oder lass, ähm, mal sehen, wie wir das dann genau machen. Und die eine Maschine wartet jetzt auf freie Güterwagen, so wie es aussieht. Und hier werden jetzt wieder... ...verkaufsmaterialien wieder abtransportiert, Lebensmittel werden geholt. Müsste dann jetzt eigentlich wieder ein bisschen besser laufen. Und da ja auch einiges wieder hier, äh, vorhanden ist, sozusagen. Das sagen wir erstmal alles ab. Das heißt, hier nicht mehr abliefern soll. Oder dass es hier drin nicht mehr gelagert werden soll. So, Alkohol wird abgeholt. Lebensmittel. Auf jeden Fall zwei sehr wichtige Produkte. Lebensmittel sind ja zum Teil auch noch da. Aber hier wird das schon ein bisschen rar, was Lebensmittel, äh, vor allen Dingen, ja, Lebensmittel betrifft. Äh, hat nur Alkohol geholt, der LKW. Aber jetzt kommt die Lieferung an Brot, Lebensmittel, etc., etc., etc. Hatten wir nicht eigentlich noch einen LKW, der nicht von der Grenze aus noch Lebensmittel abholt? Meint sie, äh, meine eigentlich, ja. Das, das, das ist der LKW, der nochmal Lebensmittel für das Wilkow extra abholt. Aber der braucht noch ein bisschen. Und hier haben wir auch noch ein paar Baustellen für die Eisenbahnbauindustrie. Sind die denn auch zugewiesen? Ja, sind sie. Äh, ist ja nur die Frage, wo die Fahrzeuge dafür bleiben. Oder fehlt es wieder an irgendeinem Baumaterial? Bretter fehlen, aha. Ähm, ach so, weil das Fahrzeug hier nur wieder steilgeladen hat. Dann können wir keine Bretter anliefern, alles klar. Ähm, gut, okay. Deswegen ging der Bahnbau momentan nicht so zügig voran. Aber das heißt, dass wir hierfür eigentlich auch nochmal irgendwann noch ein weiteres Baubüro hierfür anlegen müssen. Um das alles sicherzustellen. Hier ist der, äh, Wachstum noch nicht so weit. In welchem Monat sind wir denn? Ach so, erst September. Also haben wir noch zwei Monate Zeit, bis wir das hier sozusagen abernten können. Pflanzen sind ja auch noch in den beiden Silos noch da. Das obere wird noch ein bisschen dauern. Bis das soweit ist. Einmal warten, bis es abgespeichert hat. So, wann sind denn hier die Wohnhäuser denn fertig? Eine Ladung Stahl und auf jeden Fall noch ein bis zwei Ladungen, ähm, Fertigungsplatten. Aber so wie es aussieht, haben wir auch momentan ja sehr viel zu tun. Vor allen Dingen hier und da und da. Äh, liefert auch Fertigungsplatten. Und hier ist auch ein LKW zugeteilt. Ähm, die Fahrzeuge sind auch zugewiesen. Aber nicht der Baustelle hier oben. Können wir aber auch nochmal zuweisen. Falls sie, äh, obwohl hier sind sie ja eigentlich auch noch, äh, mit im Bau beschäftigt. Also können wir das eigentlich noch so lassen. Hier soll nur Stall gelagert werden. Und die Stromleitung ist hier im Grunde ja eigentlich auch noch nicht fertig. Also könnten, äh, könnten wir zwar schon Arbeiter eigentlich hinschicken. Aber theoretisch würde das noch nichts bringen. Da ja, ähm, die Stromleitung ja noch nicht fertig ist. Es ist das, was das noch ein bisschen hindert, das Ganze. Hoffentlich sind, ja, jetzt sind wieder Lebensmittel da. Sonst sind auch weg da. Könnte vielleicht jetzt auch sein, dass das ja wahrscheinlich ein bisschen häufiger wieder Lebensmittel hier vor Ort sind. Nö, man wird einmal Lebensmittel angeliefert. Wieder auch, äh, Fertigungsplatten. Aber ansonsten werden erstmal keine Lebensmittel hier angeliefert. Alles klar. Oder irgendwelche Bau-, äh, Versorgungsmaterialien, etc. Hier sind wieder genügend Pflanzen da. Da sind auch noch einige da. Also auch relativ viele Pflanzen mit dabei. Werden einmal Fertigungsplatten angeliefert. Hier wurde Stahl, wenn es wäre nicht richtig sehr angeliefert worden, ne? Aber lässt sich momentan alles ein bisschen schwer, äh, sagen. Hier haben wir ja noch drei leere Baubüros. Aber ich wüsste nicht, mit was ich sie sozusagen bestücken könnte. Ja, klar, natürlich mit weiteren, ähm, flachen LKWs. Wie zum Beispiel hier den W50 als, äh, Tankauflieger. Tankauflieger, eigentlich wahrscheinlich eher Flachauflieger würde ich eher bezeichnen, aber nicht als Tank. Naja, wer weiß, was da bei der, bei der Programmierung oder etc. vielleicht passiert ist. Das kann man ja alles nicht so genau, äh, wissen, ne? Gut, hier geht die Arbeit auch weiter. Also auch noch alles im grünen, äh, grünen Rahmen. Bin wieder da, war nur der Postbote, der Post bringt. Ja. Also. Hier ist, staut es sich hier gerade wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wir können, ähm, denen dann sagen, dass er zur nächsten Kiesgrube fährt. Gut, der fährt zur, äh, dritten. Und der fährt hier zur vierten. Und das Fahrzeug fährt dann gleich hier zur dies, zu der Kiesgrube. So, dass sie sich dann mit dem Fahrplan sozusagen immer ein bisschen, äh, abwechseln. Gut, das Fahrzeug ist ja schon fast voll. Dann können wir es weiterschicken. Und die anderen können wir dann auch immer weiterschicken. So, dass sie sich dann immer so ein bisschen mit, äh, aufteilen. So, hier ist überall Dünger dran. Mhm. Müsste dann eigentlich auch bald wieder Dünger angeliefert werden. Bei den Bauerhöfen. Bio und Düngermüll. Äh, sollte eigentlich was verladen. Aber muss erstmal, äh, einmal tanken. Joa, und dann. Mal sehen, was es dann Fahrzeug als nächstes macht. Ich glaube, es bringt, ja, entladen, ne, ja. Steht hier auch so. Äh, ein Verteilungsbüro haben wir dafür. Und das ist die Anlage hier oben. Sondern hier auch wieder Düngermüll aufnehmen. Und hier an den Bauerhöfen abladen. Hier Dünger aufladen. Und abladen, ne, ja. Der lädt jetzt hier Dünger auf. Muss ich mir das nochmal genau überlegen, wie ich das hier machen werde. Aber das ist dann eine Sache, die wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Und tschüss. Bis denn. Vielen Dank.